Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Das könnte eine Gelegenheit werden. Kurze Hereingabe. Keine gute Hereingabe. Ballverlust. Ins Tor ausgeklärt. Sie bekommen die Ecke. Eck in den Strafraum. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Karim Benzema ist zu Napoli gewechselt und verlässt Real Madrid. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Geblockt vom Verteidiger. Lange Flanke jetzt. Ah, klasse geklärt. Die Gäste werden wechseln. Guck mal. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Lee J. Sung. Der passt kommt an, da ist er heute extrem sicher. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Und das macht er schlecht, der Abwehrspieler. Magda das Tor. Das ist noch gefährlich. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht aus. Sie liegen vorn und können jetzt der Partei.